Moin Moin, du bist auf dem Kanal Generation Outdoor, mein Name ist Alvo und heute zeige ich dir drei günstige und praktische Ausflussgegenstände als Teil meiner Reihe der Flotte Dreier. Viel Spaß mit dem Video. Für den großen Durst sehr praktisch ist die Trinkblase MikroBahn von BONL. Die Blase liegt im Bereich von knapp 20 Euro. Diese habe ich bei jeder längeren Wanderung dabei und bisher hat sie mich nie enttäuscht. Sie hat ein Volumen von 3 Litern und macht einen wertigen Eindruck. Der Kunststoff ist BPA-frei und ist aus Material hergestellt, das speziell für Lebensmittel geeignet ist und über antibakterielle Eigenschaften verfügt. Die Glas-AS-Technologie sorgt für eine besonders glatte Innenfläche und verhindert ein Haften von Keimen und Kalken. Oben hat sie einen Schiebeverschluss. Dieser ist besonders praktisch, um die Blase zu reinigen oder Eis nachzugeben, für den Fall, dass man es halt sehr kalt mag. Der Verschluss hat bei mir bis jetzt immer dicht gehalten, wobei ich natürlich nicht raten würde, auf der Blase herumzuspringen. Darunter befindet sich ein Schraubverschluss mit großer Öffnung. Dies macht es besonders leicht, das Wasser einzufüllen. Dieser Verschluss ist ebenfalls dicht. Der Deckel ist nochmal mit einem kleinen Übergang befestigt, so kann man ihn nicht verlieren. Am unteren Ende befindet sich der Ausgang für den abnehmbaren Trinkschlauch. Dieser ist durch eine Ummantelung zusätzlich geschützt vor unliebsamen Schnitten. Am Ende des Schlauches befindet sich eine Trinktülle. Diese hat eine Staubabdeckung und muss zum Trinken nach vorne geschoben werden. Danach kommt das Wasser erst beim Ansaugen aus der Trinktülle. Kleiner Tipp, leicht hinter dem Mundstück auf den Übergang beißen, so kommt mehr Wasser raus. Das erste Wasser aus der Blase schmeckt etwas nach Kunststoff. Das gibt sich aber spätestens beim dritten Befüllen. Alles in allem eine gute Trinkblase zu einem akzeptalen Preis, die in wahrscheinlich jeden Rucksack passt. Gerade im Sommer Gold wert und auch immer bei den Grillausflügen in den Stadtpark dabei. Als robustes und günstiges Messer, das man auch mal hart rannehmen kann, eignet sich ein Mora-Messer. Ich habe hier das Mora Companion in der Olivgrün-Ausführung als Heavy-Duty-Variante für knapp 20 Euro. Das bedeutet, das Klingenende geht ganz bis unten durch, nicht wie bei anderen Moras, die auf der Hälfte an Material einsparen, um günstiger zu sein. Das günstige Companion in der Rost-Frei-Variante kostet ungefähr 15 Euro. Es gibt das Mora-Messer einmal in Rost-Frei und einmal in der Carbon-Stahl-Variante. Das zweite kann also Rost ansetzen, wie bei meinem deutlich zu sehen ist. Der Griff ist aus Kunststoff und mit einer leicht rauen Oberfläche. Somit hat man beim Arbeiten einen festen Griff. Das Messer liegt sehr gut in der Hand. Das Messer wiegt knapp 150 Gramm und kommt mit einer Kunststoff-Scheide daher, die man ohne Probleme am Gürtel befestigen kann. Die Scheide ist robust und nimmt das Messer gut auf, sowie hält es dann auch gut fest. Das kleine Ploppen beim Rausholen gefällt mir auch jetzt nach etlichen Nutzungen immer noch. Die Klinge hat einen Scunny-Schliff und beißt sich beim Schnitzen wunderbar in das Holz. Auch dickere Äste sind damit kein Problem. Im Notfall kann man damit sogar batonen, obwohl ich zum Spalten von Holz immer eher ein Beil empfehlen würde. Für mich ist ein Mora-Messer ein Gebrauchsgegenstand und kein Messer, das man noch an die Kinder weitergeht. Wir sind dazu da, um benutzt zu werden und so sieht mein Mora natürlich auch mittlerweile aus. Es ist ein gutes Anfängermesser, denn es ist günstig, robust und einfach zu handhaben. Ich würde also jedem, der neu anfängt oder seinem Sohnemann sein erstes Messer kaufen möchte, ein Mora in Kombination mit einem Victorinox empfehlen. Absolut unverzichtbar, aber oft vernachlässigt ist die erste Hilfe. Am Anfang sei gesagt, das hier vorgestellte Set ist keines für mehrwöchtige Ausflüge, auf denen man vielleicht sogar angeschossen werden könnte, scherzhaft gesagt. Dieses Set ist für kleinere Verletzungen und kostet rund 16 Euro mit einer kleinen Tasche, die per Schlaufe auch am Rucksack außen oder am Gürtel getragen werden kann. Enthalten sind unter anderem zwei Verbandspäckchen, eine Binde, ein Dreiecktuch, eine Rettungsdecke, ein paar Handschuhe, Rollenpflaster, noch kleinere 5 Pflaster, zwei Wundkompressen, drei Wundschnellverbände, drei Sicherheitsnadeln, Schere, Pinzette, Trillerpfeife. Ich erweitere mein Erste-Hilfe-Set zum Beispiel mit noch einer Wundsalbe und Kopfschmerztabletten. Medikamente, die du selber brauchst, weil du irgendeine Krankheit behandeln musst oder sonst irgendwas in der Richtung, kannst du natürlich darin auch verstauen. Ich hoffe, du hattest mit dem Flotten-3er-Spaß, konntest ein paar gute Tipps mitnehmen. Lass mir doch ein Like da, abonnier mich, denn das hilft mir immer und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Bis dahin, tschüss, tschüss.